In der Betzinger Zehnscheuer haben gestern die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Betzingen ihr 150-jähriges Bestehen gefeiert. Ihr Credo, retten, löschen, bergen, schützen. Gemeinsam mit OB Barbara Bosch blickte man auf 150 Jahre freiwilliges Engagement zurück und ehrte den unermüdlichen Einsatz der Kameraden, denn sie alle arbeiten ehrenamtlich und sind jederzeit zur Stelle, wenn Hilfe nötig ist.